Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 vom Clan Zombie Cowboys. Ich bin der Leader, der Boss von 7000 Leuten. Und ich rechne natürlich auch mit meinen Hatern ab, die mir sowas von scheißegal sind. Und ich lasse mich nicht im Namen der heiligen Playstation 4, im Namen aller Glitches, im Namen der Blu-Ray-Disc, schwöre ich, dass ich alle anderen Clans auslöschen werde. Und ich lasse mich nicht abhalten davon. Und das ist auch kein Spaß. Und ich zeige euch meine Härte wieder, indem ich, wartet mal, diese Polizisten hinrichte, exekutiere. Sprengstoff wird eingesetzt. Passt auf. Dumm, dumm. Perfekt. Ich glaube, wir sind tot. Ihr habt gesehen, wir meinen es immer noch ernst. Und hinter mir steht eine riesige Armee aus internationalen Spielern. Und wir sind big, weil wir sind Level 7, international, Weltrangliste. Und lieber Tom S., du kleine Pussy auf YouTube, du machst mich jetzt mal gar nicht fertig. Und auch diesem einen anderen YouTuber, diesen X-Blaze, oder wie er heißt. Puh, 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 dass ich nicht darüber lache. Ihr kriegt mich nicht klein. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bam. Zombie Cowboys. So sieht's aus. So, ist das richtig? Yes. Perfekt. Der liegt da am Boden. Perfekt. Freundesanfrage schicken. Perfekt. Irgend so ein Auto. Egal. Ciao.